ok jetzt kann ich mal eigentlich mal gechillt spielen ohne probleme und ja ich habe mir jetzt ein kontroller zugelegt schon wieder ich weiß und spricht man manchmal können sie keinen spaß und spiele den unterschied ausmachen okay aber erst mal ich weiß nur dass da ist ein bericht gab es muss ich doch hier ist verschwunden aber niemand hat gesagt dass sie verletzt sei ein gutes zeichen hoffe ich ist weggelaufen das ergibt doch keinen sinn sein das hat gesagt wir sollten sie nicht suchen so wie es erklärte sieht es aus als wollten sie gar nicht zurück als wollten sie gar nicht zurückkommen das ist bloß los gute frage rox das nächste frage habe ich dann frei ich muss erstmal klarkommen mit der steuerung hier ok ich brauche mir zusatz taschen ich gehe mal zum mogel vielleicht kann ich ja welche kaufen bei ihm sei gut ist wir wollen wir kommen eine wagen kupou kaufen was hast du denn jetzt bieten habe ich das schon ja habe ich schon das habe ich noch nicht komme ich einfach mal zu gedauern habe ich so viele schieben kann ich was denn blitzer kann ich jetzt perfekt blog die kann ich eigentlich alle machen das habe ich nicht das kann mir vielleicht gebrochen blickrück zur verbinden sie mit der botten wird stärke meine blogs klingt schon geil so ist die verbesserte version von dem hier runde blog schneller holung luft roche dann ich brauche davon voll viele ok wie eigentlich diese schlüssel verdammt noch mal haben ok 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 ich weiß dass ich beim alten let's play auch die nebenmission gemacht habe also auch diese schwingt dann hinterl auf die mission er geht klar diese holung die andere mission wie heißen die bei dieser hauswahl kann ich kann hier keinen vorwurf daraus machen diese mission mit abgeben zu wollen aber ich werde mich dafür auf keinen fall in deinen dämmerling verwandeln lassen das dämmerling hat noch hast du meinen sinn bestimmt als dämmerling besonders unfähiger es gibt noch viel zu tun bleibt konzentriert geht klar die mission haben wir letztens jahr gemacht ich mache erst das hier im unterland ist ein selten herzlos aufgetausst maragd serenade genannt finde und wie sie gehen gemeinsam versuche sie in der not ja das dafür muss ich was bestimmtes machen das zeige ich euch dann gleich also ich werde das auch schneiden die stelle verfolgung besiege geht klar aber erst mal so sieht die aus und das ein riesen fisch wirklich leute ein riesen fisch so jetzt probiere ich mal aus ich denke was gerade gesehen ich werde das gerade eingebildet okay dann nehme ich das mal kurz im trank hier jetzt geht's los aber ich habe schon rausgefunden wie man den triffst du jetzt eine kontrolle das ist viel besser zu spielen ich glaube ich bin lieber mit einer lustig dann geht es besser und die politik so viel verdammte scheiße wieso kann ich eigentlich den an ich hasse seine momentanische potter zu macht einer kugel aber richtig komm runter verdammte kacke laufen nach kaum da ist ja schön dass du zufrieden kannst verdammte scheiße ohne tech plus okay blick verschaffen okay erst mal die gegensee abchecken ist mir jetzt eigentlich egal wer die tun unnötige kämpfe lasse ich einfach aus nix anwesend hier klärt irgendwie das mit denen doch okay okay wenn du kämpfen willst ist deine sache aber ich habe keinen bock drauf so sind diese lichter hier wieder also die sind vom letzten kampf egal 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 jetzt einfach da durch okay ich weiß wo die serenade ist aber wenn ich mich jetzt richtig erinnert war sie irgendwo hier oder da aber anscheinend ist das zu okay naja sehen wir mal was die königin zu sagen hat wenn sie mal zu wort kommt oh robbelbach eine ganze reihe von denen kann ich einfach weggehen komm ich helfe ihnen einfach mal mit der steuern mit der steuerung die kombo die spezial muss zu machen das geht richtig ab es muss doch oben verdammte scheiße kommen so ist das perfekt was machst du da gruppen kuscheln oder was ich weiß dass ich liebe dich weil ich will kein kind von dir geht ja auch schlecht man und mannen steckte karten okay ich verstehe es nicht warum ach so da gibt es mehrere serenaden da war es die erste hier ach da ist sie ja ich hasse diese ja die serenade fliegt jetzt ganze so rum und wirft irgendwelche teile ab ich hasse diese kacke jetzt ist wieder so langsam ja auch deine momentane teleport dazu zu machen waren komm das ist wieder so langsam jetzt kommt er wieder mit seiner momentane teleportation komm verdammte scheiße nochmal kacke kack was sie macht die sehe ich nicht an das ist unnötig ihn an zu visieren ja 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 ich bin eingefroren jetzt ja das ist für mich das ist in den es nicht nur kohann du bist bist du wie du bist du du bist du 's was ich Komm, diese Eispflanzen dringen mich die ganze Zeit zu ihm wieder auf. Komm, triffst du die... Oh, verdammte Scheiße! Hä? Was ist das für eine Eiskugel? Oh, scheiße, wo bist du, du verdammte Mist? Du willst es ja nicht anders. Hab ich jetzt irgendwie ihn getroffen? Warte, wo war die andere Missgeburt? Da bist du. So. Okay, Samarax wäre serenadisch, brennt irgendwie. Obwohl ich das nicht geplant habe. Na ja, na ja, na ja, so bin ich der einzige, der gerade gegen diese... Das Spiel verarscht nicht. Mann. Komm. Du verfickte Mistgeburt. Boah. Stirb dreimal in dein Leben. Okay, da kann ich durch, aber ich weiß sowieso, wo ich da hinkomme. Und da wenigstens in Maransirbelnade getroffen ist. Okay. Okay. Und weg. Nein. Ach komm. Okay, da gibt's keine Gegner mehr, aber wo soll... Ich sag mal, ist das zu schnell. Ach so, jetzt weiß ich wieder, was das Problem bei dem Wichser war. Warte, gleich kommt er, gleich kommt er. Okay, gleich kommt er. Okay, gleich kommt er nochmal. Komm, beeil dich. Ja, man sieht ja unten auf der Karte, wie schnell der ist. Und so, der Vision kommt noch gleich nochmal. So, geschafft. Mach das nicht wie ich. Mach das echt nicht wie ich. Das war einfach mal fail. Okay, eine Kiste fehlt noch. Muss den hier irgendwo sein. Oh. Bist du da oder nein? Da bist du. Aber wie soll ich da rankommen? Oh. Okay, er macht irgendwie seinen Spezial-Move jetzt. Box, das ist nicht wie zu viel Gleiten. Er hat zu viel Gleitge unter seinen Schuhen. Hm. So töt' ich die eigentlich? Das drückt mir jetzt so gar nichts. Ich hau jetzt ab. Einfach abbauen, komm. Hallo, die Tür? Dankeschön. Ach komm, verpiss dich. Wie viel Schatz? Wie viel mir noch? Eine noch. Okay, die eine weiß nicht, wo die ist. Okay, ich habe auch, ich nehme meine Abkürzung zum Raum. Ist extra durch die ganze Landschaft jetzt durchgehen. Warte, kann ich eigentlich schon Gleiten? Ja, ich kann schon Gleiten. Juhu! So komme ich zu der Truhe. Was ist der? Jetzt verstehe ich den ganzen Kack. Hallo? Die magische Tür ist weg. Warte, wann habe ich Gleiten bekommen? Erst vor kurz. Ich bin dem. Ich hätte, glaube ich, sehr viele Truhen schon holen können. Naja, egal. Okay, dann nehme ich jetzt Gleiten. Noch eine Abkürzung. Einige Steuerung. Also mit Kontrolle zu spielen. Es ist geiler. Juhu! Hallo? Ah, da bist du noch. Jetzt lande ich hier. Dann nehme ich gleich eins von Zommerdrank. Komm, lass mich bitte in Ruhe. Okay. Dann nehme ich gleich eins von Zommerdrank. Komm, lass mich bitte in Ruhe. Wieso nicht? Wieso nicht? Warum kannst du dich nicht töten? Fick dich ins Kino, du Brixer. Ey, der ist der einzige Gegner, der mich jetzt gerade nervt. Ja, aber momentan, die Freizeit ist so kacke, man. Einfach mal Wieter. Für alle Fälle. Man kann ja nie wissen... So, so, und... Ach, jetzt schon wieder noch. Brennverfickte Blume. Wieso? Wieso weg? Lass mich das verdammt nochmal benutzen. Ach, die Klege. Sie versteckt sich hinter sich. Mann, komm. Ach, komm schon. Wenn ich schon rutschen kann, dann soll es mir was bringen. So, 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 komm. Wie viel... Spiel ich eigentlich schon? Egal. Ich habe gerade noch ein Monster gehört und das will ich nicht akzeptieren. Ich werde es benutzen. Oh, tut mir leid, Leute. Tut mir leid. Tut mir leid. Tut mir leid. Tut mir leid. Es war nicht mit Absicht. Es ist halt einfach passiert und ich wollte es einfach nicht haben. Kommt. losieren. Es ist halt hier echtes spiel verarschen. Das Spiel wäre verarscht mit voll. Hallo. Schwanzkock? Du sollst sterben. Endlich Komm, Musik, bitte weg So, Erwachsene Okay, jetzt können wir durch die Tür Haben alles geholt Wir sind alle happy Und jetzt gehen wir alle nach Hause Ich glaube, ich habe irgendein Absicht vergessen Aber naja Kann ich eh die Zeit wieder zurückkommen Shio und Axel, wo seid ihr? Wo sind sie denn? Das weiß nur Simnas Nicht Gott, Simnas Oh Der tut mir auch irgendwie leid Okay, Luftgrätsche habe ich irgendwie plus bekommen Tag 258, ein normaler Tag Okay Okay Äh, kurz Tafeln abchecken Luftgrätsche Habe ich irgendwie viel Luftgrätsche was? Ja, hab ich was Aber das bringt mir jetzt momentan nicht so viel Okay Wir sehen uns gleich mal wieder Tafeln ab Hond